Wenn der über Gleise geht, müsst ihr mal rechts-links schauen, Leute. Rip Bambi, der Typ war Full Juice, bis zum geht nicht mehr. Halb Juice. Also Saft ohne Fruchtfleisch. Da siehst du hier, Teg-Teg, Alter. Was für... Mega Full Juice ohne Ende, Mann, sag ich so. Mörser Kampf! Mörser Kampf! Hä? What the fuck? Als hätte er da eine Enkel, Alter. Als hätte er da eine Enkel? Ich weiß, was wir machen, Alter. Wir spielen die überteuerste Waffe in diesem ganzen Spiel, die komplett sinnlos ist in diesem Spiel. Aber wir spielen die einfach nur aus Spaß, okay? Bevor jetzt gleich einer fragt, Na ja, ist die TX-15 gebufft worden? Nee, Digga, die Waffe ist immer noch scheiße. Aber man darf auch mal Spaß haben in dem Spiel, wa? Was bringt am meisten Ergo? Welcher Knopf bringt hier am meisten Ergo? Sportes ist... Mehr Ergo geht nicht. Ja, geht nicht. Hey, Alter, was ist denn hier... Kannst du mal... Nee, wir machen 45 Grad, Alter. Das ist mit dem... Das ist mir zu... Zu bescheiden mit dem Ding da oben. So, mehr geht nicht, oder? 47 Ergo. Ich muss es mir mal vorstellen, so... Ihr habt die krankeste westliche Waffe, so, die es gibt, so. Teuer AF. Kann nicht vollautomatisch schießen. Und dann brauchst du eine Waffe mit 47... Ah, gut, ich habe noch keinen Stock hinten dran. Ja, na, Moment. Ich bin da umsonst aufgeregt, wa? So, wo ist jetzt der Stock? Das ist der Gen 3. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da... Jetzt haben wir 51 Ergo. Es ist entscheidend nicht so, dass Ergo, wo er das Ding... Minus 1. Plus 12. Jetzt kommen wir dann schon näher. Ja, besser wird es nicht anscheinend, wa? Das ist das beste Teil, was du haben kannst. Aber M95 muss sein, weil wenn... Wenn du schon mal was triffst, so, dann musst du... Du musst auch scheppern. Dann musst du auch scheppern. Ja, so einen schönen Rucksack mit. So. Aber noch cooler kann man eigentlich gar nicht aussehen, wa? Alter, sehe ich geil aus, man. Holy fucking Jesus, dude. Mach mal was Lustiges. Schufi. Danke für elf Monate Twitch Prime. Was Lustiges. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. der strom ist für den exit unter fort knox ist ja und Wotron ist alles, was er zu sagen hat. Wotron ist alles, was er zu sagen hat. Hip-File läuft doch nicht so. Es geht. Wir ficken uns erstmal wieder anständig, machen Munition wieder voll. Soviel zum Thema, ich brauche nicht so viel Munition für die Waffe. Das Problem ist wohl nicht ganz so. Viktor Start fragt, wann ist Vibe? Vibe ist höchstwahrscheinlich gegen Ende des Jahres. Um. Oh. 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 ich hatte noch was in den pocket was denn die fahrt oder sonst richtig ist fragt der meier ja wenn da noch rauskommt zu diesen zehner von mir auskommen soll ich da schon und 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 Okay. Ich hätte doch mal auf ihn nehmen sollen, Alter. Auskommen soll ich da schon? Wieso ist denn der eine nicht umgefallen? In der Reschalla AK-Bahn M995 drin, Mann. Hör, mach mal jetzt, Alter. Wie hole ich mir jetzt den 100-Meter-Headshot? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Untertitelung des ZDF, 2020